Musik Hallo meine lieben Sammlerfreunde, da ist ja wieder der Master Olli mit einem neuen Video. Und heute schauen wir uns wieder aus der Turtles of Crayskull eine weitere Figur an. Bei mir ist der Slaker eingetroffen. Auch diese Figur ist größer als ich es erwartet hatte. Ich hatte gedacht, der wäre von der Skalierung ungefähr wie so ein normaler Turtle. Ist er nicht. Der ist nochmal deutlich größer und detailreicher als so manche Origins Figur. Das muss man nun sagen. Also der etwas teurere Preis ist natürlich bei dieser Figur meiner Meinung nach auch gerechtfertigt. Und wir haben wieder weitere Build-A-Figure-Figure-Teile drin. Toll. Also gucken wir mal, was dieses Mal mit dabei ist. Slaker. Ja, bekommen wir jetzt noch eine Slime-Pit. Wir schauen es uns mal an, weil auf der Rückseite haben wir einen fetten Teaser. Ja, jetzt geht's los. Ab in die Ego-Perspektive. Also ich freue mich tierisch auf die Figur. Los geht's. So, da sind wir in der Ego-Perspektive angekommen und schauen uns den Slaker jetzt an. Also die Verpackungen, muss ich sagen, die gefallen mir wirklich richtig, richtig gut. Und hier ist auch wieder eine Build-A-Figure, also Teile drinne vom Metal-Botto. So, ja, ich sehe, dass wir hier einen Kopf haben und hier hinten in der Ecke habe ich entdeckt, da ist auch noch was. Das sieht aus wie ein Unterkörper mit Beinen. Ja, also wirklich, also das ist auch eine Riesenfigur. Den werde ich euch auch gleich mal vergleichen mit einer anderen Figur. Und der ist natürlich auch voll aufwendig gearbeitet. Also, die Figuren hier, da bekommt man auch was fürs Geld geboten. Hier ein sehr schönes Artwork. Ja, der guckt schon übel rein. Gefällt mir richtig gut. Klasse. Und hier hinten, hier hinten haben wir eine Slime-Pit. Wir haben eine Slime-Pit. Und jetzt ist echt die Frage, bekommen wir eine Origins Slime-Pit oder bekommen wir nur eine bei den Turtles of Greyskye? Oder bekommen wir eine, die für sowohl als auch benutzbar ist? Ich weiß es nicht. Aber wenn, würde ich mich eher freuen über dann auch jeweils eine für Turtles und eine für He-Man. Finde ich besser. Ja, hier der Metal-Botto. Hier sind neue Teile. Hier ist ein Kopf und die Füße. Füße nicht, aber der Unterkörper mit Beinen. Ja, seine Rüstung kann man abnehmen. Und, ja, schaut euch doch mal das Artwork nochmal an. Ja, also, ich finde es wirklich schön. Also, also, was soll ich sagen? Mir gefällt es halt. So, jetzt holen wir den erstmal raus. Und machen den Klebestreifen erstmal platt. So. Gucken, ich will die Packung nicht beschädigen. Da muss ich jetzt wieder mit dem Messerchen ein bisschen hebeln. Weil manchmal ist das einfach... Ach, hier haben wir auch wieder eine Beschreibung. Ja. Den Panzer kann man wieder abnehmen. Und dann ziehen wir den mal aus der Packung raus. So, da haben wir ihn. What? Boah. Was für eine riesige Figur. Also, das hat man in den Produktbildern überhaupt nicht gesehen. Dass diese Figur so groß ist. Ja, dann gucken wir mal. Hier haben wir wieder... Das hier. Ist das eine Charakterkarte? Es ist wieder eine... Es ist wieder einfach eine Karte. Warum packen sie die jetzt in eine Folie ein? Wer wollte mich verarschen? So, unnötig. Ja, manchmal fragt man sich ja auch der Umwelt zuliebe, hm? Naja, ja. Finde ich jetzt nicht so, aber okay. Und die Figur hier, die hole ich jetzt aus diesem Blister raus. Und dann schauen wir die uns genau an. Also machen wir jetzt erstmal einen kleinen Schnitt. So, da haben wir die Figur aus dem Knisterblister entfernt. Und ja, dann schauen wir uns mal an, was wir dabei haben. Und das ist gar nicht wenig. Was für das, was wir halt... Ja, wir bekommen was fürs Geld. Das kann man so sagen. Also er hat ja schon mal hier diese schönen... Ja, wie nennt man das? Weiß jemand von euch, wie man so eine Waffe nennt? Ähm... Es ist ja jetzt nur kein normales Messer, sondern der hat ja hier auch noch die Hack'n'Slay-Sachen an der Seite dran. Davon sind zwei dabei. Einfach, äh... Ja, in einem schönen Glossy-Orange. Gefällt mir gut. Ist auch schön geskyptet. Das sieht auch vernünftig aus. Dann haben wir... Der sieht mega aus. Ich weiß nicht, kommt das drüber? Ja, es kommt drüber in der Kamera. Schaut euch mal an, ähm... Wie, äh... Wie dieser Panzer aussieht. Hier diese... Sachen an der Seite, das erinnert mich so ein bisschen an eine Schnapp-Schildkröte, glaube ich. Die haben das so an der Seite. Oder früher die Urzeit-Schildkröten. Die hatten auch solche Auswüste. Oder der ein oder andere Dinosaurier. Hm... Alles rein interpretiert von mir natürlich. Ja. Das kann man auch wieder als Schild benutzen. Hier ist sogar ein Griff drinne. Und dann hat man... Riesig-großes Schild. Also der sieht wirklich toll aus. Ich zeige ihn euch nochmal. Und dann tue ihn ein bisschen bewegen, dass ihr seht, wie der glänzt und wie er auch geskyptet ist. Da passt, finde ich, alles bei diesem Teil. So. Und dann zur Figur. Schaut euch mal dem sein Gesicht an. Und die Zähne, dies ist nochmal einzeln hier heraus. Man kann also richtig, man kann richtig in den Mund rein. Ich will das mal euch zeigen. Man kann hier richtig in den Mund. Also der kann auch auf was drauf beißen. So. Jetzt sehe ich das. Also das ist schon... Das ist cool. Das... Also... Vom Beastman hat er hier die Schulterpolster. Die sind aber deutlich größer als von einem Beastman. Und hier die Rüstung ist aufge- gecrankt und gecrackt, sagen wir mal. Und hier unten drunter sind vom Faker bzw. vom Laker hier dieser Elektro-Computer. Der aber, schaut euch das mal an, da sind Pizzen. Das sind keine Tonbänder, das sind Pizzen. Ich will das nicht ausziehen. Dieses Gefummel, da habe ich das... Sorry, das tut mir leid. Ich mache die nicht nackig. Aber die Figur ist riesig, riesig groß. Und das kann man auch wieder abmachen. Und die Hose ist genauso, wie wir es schon kennen von anderen Figuren aus dieser Line. Farbe ist toll. Wirklich, auch hier die Armbänder sind in diesem Glossy-Look. Wie... Wie... Das... Die... Die Boots... Und... Das... Das sieht toll aus. Schaut euch doch mal die... Schiefel an. Boah... Hier haben... Also da haben sie wirklich alles richtig gemacht. Und ich habe auch alles richtig gemacht, dass ich den gekauft habe. Wundervoll! 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 Ja... Und dann kann man hier hinten den... Den... Den kann man eigentlich hier hinten dran machen. Nur wie rum? So rum? So rum oder so? Muss man mal gucken! Was für ein Trümmer! Was ist das für ein Trümmer! Wahnsinn! Was für eine riesig, riesig große Figur! Jetzt geben wir ihm mal hier seine Waffen in die Hand. Und das könnte jetzt wieder schwierig werden. Weil die... Ähm... Es geht doch einfacher bis jetzt als gedacht. Ja... Doch! Es geht einfacher! Mal gucken, ob ich die zweite Seite auch so gut dran kriege. Weil die Hände sind schon... Die sind schon starr! Komm! So! Ja, es geht aber! Ja... Dann haben wir hier neue Teile dabei. Build a Figur. Dies... Und den Kopf. So, mit dem Kopf bin ich mir... Schaut mal, der hat ein Action-Feature. Wenn man hier unten ist, so ein kleiner Pin. Wenn man da drückt, dann bewegt sich das. Der hat dasselbe Action-Feature wie Roboto. Allerdings... Passt dieser Kopf... Passt nicht auf eine normale Origins-Figur. Das ist ein ganz anderer Adapter. Also den kann man nicht irgendwie schon für irgendwas anderes benutzen. Aber... Das ist auch nicht schlimm. Ich will den sowieso so haben. Ansonsten... So glaube ich, das passt. Das hier kann man auch für eine andere Figur benutzen. Aber ich warte auf die restlichen Teile. Und dann freue ich mich auch auf diese Sonderfigur, die man ja dann im Endeffekt auch noch mitgekauft hat. Ja. Okay, dann gehen wir mal jetzt zur Drehscheibe mit dem guten Knill hier. So, da dreht sich der Laker auf der Drehscheibe. Und da schauen wir uns hier nochmal ein bisschen an. Ja, wie er sich so im Kreis dreht. Also, eine wirklich, wirklich tolle Figur. Ich halte euch jetzt nochmal hier eine normale Figur. Vielleicht kann ich den auch hier hinter kurz stellen. Naja, das wird nichts. Aber ihr seht, dass dieser Laker deutlich größer ist nochmal. Also, das ist ein Brecher. Das ist eine wahnsinnige Figur. Ähm, und ja, der ist schon wirklich, ja, ich finde auch die Farben so toll. Also, das ist wirklich super schön gemacht. Ja, mein Resümee zu der Figur. Also, ich kann euch wirklich eine Kaufempfehlung aussprechen, wenn ihr irgendwie was mit Turtles zu tun habt. Ähm, das ist eine sehr schöne Figur. Die kann man auch wunderbar, äh, zu seiner Turtles Sammlung mit dazu stellen. Finde ich klasse. Und, äh, ja. Also jetzt, äh, ich weiß nicht. Mit den Masters zu kombinieren? Jaaa. Ähm, aber ich finde, ich finde, die stehen schon so ein bisschen auch für sich als eigenständige Laien. Sie haben zwar, äh, die Körper von den Origins, aber sie sind dann doch, äh, eine eigene Spielzeuglein. Übrigens, die Armreife, die sind auch wieder abnehmbar. Kann man auch, äh, abnehmen und man kann ihn da relativ nackig machen. Und, äh, ja, schöne Figur. Äh, wenn der irgendwann mal in den Handel ist und, ähm, vielleicht tatsächlich auch im Preis ein bisschen runtergegangen ist, dann, äh, kaufe ich ja immer auch nochmal den einen oder anderen für ein Custom. Ähm, aber vorher lasse ich den anderen erstmal den Vortritt. Die sollen erstmal ihre Figuren kaufen und wenn die dann, ähm, ja, rappertiert werden, weil vielleicht sie nicht mehr so laufen wie am Anfang. Nur dann bin ich halt auch mal wieder mit dabei, ne? Ja. Also, was, ähm, Customs angeht, da bin ich dann auch ein Schnäppchenjäger. Weil, äh, da brauche ich wirklich Figuren, die nicht so teuer sind. Weil, ähm, das ist dann, das wird dann schon sehr teuer, das Hobby, wenn man da sich wirklich die teuren Figuren nimmt und die verbastelt. Es ist ja nicht verbasteln, es wird ja was Schönes draus, aber ich glaub, ihr versteht, wie ich's mein. Ja. Ja, okay, das soll's dann mit dem Video gewesen sein. Und, äh, ja, wir sehen uns dann hoffentlich in einem der anderen Videos wieder. Äh, ja, euch eine gute Zeit da draußen. Wie immer auch von Pocket Joe. Einen, äh, schönen Gruß. Ja, äh, bleibt gesund. Und, ja, jetzt bleibt mir ja nicht mehr viel zu sagen. Ich warte noch ein bisschen, bis er wieder sich nach vorne gedreht hat. Und dann beende ich das Video. Der Master Öhli sagt Tschüüüüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017